Und es ist wieder Loot Raider Time. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die neue Loot Raider Box habe ich frisch aus der Packstation abgeholt und voller Spannung werde ich sie jetzt auch aufreißen. Ich habe während meiner zweiwöchigen Abwesenheit schon die Nachricht bekommen, die Loot Raiders unterwegs und heute am Samstag hat sie den Weg zu mir gefunden. Ich glaube, es ist die Loot Raider Box für den Monat Juni. Und ich reiße sie mal auf. Sie ist, warte mal, man kann hier schon sehen, die ist so leicht nach oben gewölbt. Seht ihr das hier so? Macht die so einen Bogen und vielleicht ist ja was Plüschiges da drin. Ich habe wieder mal, wie immer, keine Ahnung. Und hier öffnen sie und ja, ich sehe tatsächlich etwas Plüschiges. Etwas Plüschiges, rundes, was wir aber noch nicht als erstes uns anschauen. Und das T-Shirt packe ich auch nochmal an die Seite. Das ist ja, wie gesagt, keine Überraschung. Ein T-Shirt haben wir immer dabei. Ich werde mal erstmal die Karte suchen, um zu gucken, was für ein Thema wir überhaupt haben. Ja, es ist übrigens der Juni Loot. Und ich glaube tatsächlich, dass ich mit meinen ganzen Loot Raider Boxen immer einen Monat falsch bin. Habe ich jetzt Bock, alle Boxen, alle Titel umzubenennen? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Scheiße. So, unser Thema hier heute steht hier gar nicht. Nachdem ich jetzt hier stundenlang auf der Karte rumgesucht habe, habe ich das Motto dieser Box nicht entdecken können. Aber wir schauen uns einfach mal an, was wir hier so drin haben. Und zwar fängt das an mit einem Quartett. Einem Konsolenquartett. Da treten die wichtigsten Konsolen aus der Geschichte der Videospiele. Bla, bla, bla. Guckt mal. Konsolenquartett. Da gucken wir mal eben rein. Das finde ich ja eigentlich relativ cool. Das muss ich mal eben aufreißen. Und ich weiß auch schon, mit wem ich das spielen werde. Wo geht der Scheiß auf? Wo geht der Scheiß auf? Oh, jetzt klebt der Rotz auch noch an meinem Fingermann. So, Konsolenquartett. Also, ja, geil. Das fängt dann zum Beispiel an. Hier habe ich ja als erstes 1993 Panasonic 3DO. Ich halte euch die Karte mal hier rein. oder Atari 2600, ganz viele Ataris, dann Nintendo Gamecube und was es hier alles gibt, PS2, Sega und allen Scheiß. Die Xbox ist natürlich auch am Start. Ja, cool. Also, ich mag Quartetts und gerade auch so nerdige Quartetts. Finde ich super. Darüber freue ich mich auf jeden Fall schon mal. Dieses super Quartett hat einen Wert, das muss ich euch ja auch immer wieder verraten, von 11,90 Euro. Wow. Also, so viel Geld hätte ich definitiv nicht ausgegeben, wenn ich es mir gekauft hätte. So, dann haben wir als nächstes eine Beast Bomb. Strawberry. Popping Candies with Lollipop. Hier. Das werde ich jetzt vielleicht nicht ausprobieren. Ähm, was steht denn noch? Beast Bomb. Bist du bereit für eine Geschmacksexplosion der besonderen Art? Komm, weil ihr es seid, werden wir jetzt gemeinsam diese Geschmacksexplosion genießen. Mal antesten. Ich habe doch hier irgendwo noch eigentlich eine Schere liegen gehabt. Hallo Schere. Sitze ich drauf. Ach, liegt vor mir. Ich schneide den ganzen Rotz jetzt mal auf. Einen Lollipop haben wir hier auch. Hübscher Lollipop. Aber wir wollen ja eine Geschmacksexplosion. Und jetzt haben wir hier noch so Zeug drin. Hartkaramell mit Erdbeer. Gibt es vielleicht noch eine Anweisung? Oder soll ich mir das jetzt einfach reinkippen hier? Hört ihr das? Sausüß. Mein Mund knistert wie Sau. Früher. Geil. Moment, wir machen den Rest auch noch. Mh. Oh. Ich habe jetzt leider alles im Mund. Das ist so süß. Aber. Es knistert wirklich toll. Es knistert ganz toll. Boah. Jetzt habe ich, glaube ich, bald einen Zuckerschock. Ja. Zwei weitere. Kommen wir einfach zum nächsten Teil. Und zwar ist es hier so eine Anstecknadel. Diese Anstecknadel. Die Stelle als Hand des Königs wird immer wieder mal frei. Jetzt seid ihr an der Reihe mit dieser original getreuen Pin aus Metall. Das ist ein komisches Deutsch. Das ist ein komisches Deutsch. Talk to the Hand. Ein super Anstecknadel. Nicht so mein Ding. Aber ein nettes Goodie. 4,90 Euro kostet das. Wer Bock auf diese Anstecknadel hat, schreibt es mir in die Kommentare. Ist gern zu vergeben. Und dann kommen wir zu was richtig Coolem, muss ich sagen. Das sieht mir aus wie ein Notizbuch. Ja. Es ist ein Notebook. Hier seht ihr es schon. Und zwar. Der offizielle Artikelname hat einen Untertitel. Choose your site. Lasst euch überraschen, was bei diesem, was bei unserem Superman Notizblog. Ich bin nicht in der Lage, Leute. Ich bin raus. Zu lange keine Videos mehr gemacht. Lasst euch überraschen, was das bei unserem Superman Notizblog im Format A5 heißt. Bäm. Von vorne. Von hinten. Richtig cool. Ja. Und hier sind schöne leere Seiten. Mit einem Mix aus einem Batman und Superman Symbol. Finde ich total geil. Also ich habe jetzt von diesen Notizbüchern echt schon ein paar. Weiß gar nicht, wie ich sie alle verwenden soll. Aber irgendwas schreibe ich auf jeden Fall rein. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und kostet 8,90 Euro. Ja. Das haben wir. Jetzt kommen wir noch zum plüschigen Teil. Das packe ich ja auch gleich mal aus. Wird laut. Und zwar haben wir hier etwas, was nicht geeignet ist für Kinder unter drei Jahren, Freunde. Darf ich euch vorstellen. Das hier ist Pluto Plüsch. Pluto Plüsch. Ja. Pluto Plüsch. Süß. Uh. Ein kleiner niedlicher Pluto Plüsch. Pluto Plüsch kostet 17,90 Euro, Leute. 17,90 Euro für diesen plüschigen Pluto. Plüschiger Pluto. Also, unser liebster Ex-Planet im Maßstab 1 zu 17 Millionen. Planetenstatus aberkannt, Kuschelstatus zuerkannt. Ja. Mit dem kann ich jetzt auf jeden Fall zukünftig immer kuscheln. Und, ähm, ja, kommen wir zum T-Shirt. Ein schwarzes T-Shirt gefällt mir wie immer gut. Also, was steht denn hier zu unserem T-Shirt? Und zwar Dragon Ball T-Shirt. Auf vielfachen Wunsch. Endlich wieder etwas von, äh, Dragon Ball für euch. Ein tolles Shirt mit Motiv in Hammer Design. Wenn man sieben davon hat, wird ein altes T-Shirt wieder von alleine sauber. Das ist vielleicht auch ein Tipp für die, Tipp für die Waschfaulen unter euch. Wenn ihr sieben T-Shirts von der gleichen Sorte habt, dann wird eins von alleine wieder sauber. Das ist ein super Typ. Tipp! Verdammt, was ist los hier heute mit mir? Ah, okay, ich zeige euch jetzt einfach das T-Shirt, um das Ganze hier jetzt zu beenden langsam mal mit meinen Sprachproblemen hier. Tada! Das sieht auf jeden Fall total cool aus, finde ich. Ich bin jetzt zwar nicht unbedingt so ein Dragon Ball Fan, aber, äh, das T-Shirt gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Und, äh, ja, ihr lieben Freunde, das war's mit einer chaotischen Aufnahme, ein chaotisches Unboxing der Lootreader Monat Juni. Obwohl wir schon Juli haben, aber die wird ja mal am Ende des Monats, ähm, verschickt. Nun, ich habe, glaube ich, alle Monate verpeilt, aber was soll's, ähm, pfff, ist jetzt auch egal. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Video. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie euch das hier alles gefallen hat, die ganzen Sachen. Also haut mich jetzt nicht mega um, allerdings das Quartett finde ich richtig geil. Und hier, dieses Buch ist auch echt mega. Das T-Shirt ist super, so ein Plüsch-Pluto, Pluto kann man auf jeden Fall mal haben. Der kann hier sich gleich zu meinen anderen Kuscheltieren gesellen. Und, wie gesagt, haut rein, bis zum nächsten Mal.